Sie sind hier, vergrößern, verkleinern Dresdner SC, Ladies in Black Aachen live im TV auf Sport1 Urheberrecht Sport1 Grafik Imago East Dog 30. Januar 2019, 5.45 Uhr in der Volleyball-Bundesliga der Frauen kommt es am Mittwoch zum Verfolger-Duell. Der Dresdner SC empfängt die Ladies in Black Aachen. Sport1 zeigt die Partie live. Es gibt wieder Volleyball auf Sport1. Am Mittwoch zeigt Sport1 live ab 19 Uhr den Vergleich in der Volleyball-Bundesliga der Frauen zwischen dem Dresdner SC und den Ladies in Black Aachen mit Kommentator Dirk Berscheid. Volleyball-Bundesliga, Dresdner SC, Ladies in Black Aachen ab 19.00 Uhr live im TV und Stream Wer behält im Verfolger-Duell die Oberhand. Im Hinspiel setzte sich Dresden klar mit 3 zu 0 durch, Maren von Römer, die ihren 400. Einsatz für den DSC feierte überzeugte als wertvollste Spielerin. Die DresdnerInnen gewannen das letzte Spiel in Erfurt, die AachenerInnen kassierten dagegen eine Niederlage gegen Wilsbyburg. Tabelle der Volleyball-Bundesliga, im Moment rennen Dresden und Aachen 6 Punkte, doch unterschätzen darf das Team von Chefcoach Alexander Weibel die AachenerInnen keinesfalls. Die Ladies in Black waren bis zur Niederlage in Wilsbyburg in 2019 in der VBL noch ungeschlagen, siegten viermal in Folge. Sport1 zeigt die Partie am Mittwoch live ab 19.00 Uhr im TV und Stream. So können Sie Dresdner SC, Ladies in Black Aachen Schwerin live verfolgen. TV, Sport1, Stream, Sport1.de TV, Fort1.de TV, Sport1, Stream, Sport1.de TV, Sport1, Stream, Sport1.de